Mohoi-sen Leute, sorry für diese überzumschissene Musik, aber die ist bei den Spielen immer vorbei. Ich kann bei dem nichts dafür. So, muss das passen, oder? So, wollen wir losen. Mr. Dampflog, fahren Sie. Hallo. Hallo. Please, go. Go, go, go. Ja. Oh, die. So, bringen Sie ein bisschen. Hm? Beweg uns ein bisschen. Hä? Ich check's nicht? So, so, wir fallen jetzt rückwärts zurück. Ich muss das Ding nach unten ziehen. Äh, das hab ich auch noch nicht gesehen. Das mit den Stangenhosen. Ja. Hä? Mom. Digga, irgendwie hat das Spiel ein paar Fehler. Warum sind wir jetzt auf einmal hier so seitlich? Das will ich eigentlich nicht, ne? Ja. Wir fahren da oben am Berg hinauf, ne? Ja, wir fahren da oben am Berg hinauf, ne? Äh, ich glaub, das hier ist ne amerikanisches Spiel, ne? Äh, wir fahren da 15, 16 Meilen. Eine Stunde. Ja, ich meine, da. MPH muss es denn sein, ne? Keine AMH. Sind wir da jetzt heute noch, ne? Ja. Naja, das wird mit 22 MPH nicht so schwierig. Ja, hier darf man mit 20, glaube ich, fahren, oder? Das muss wursch. Tja. Ganz keine Lötung, Zugsymolä, das Spiel. So, ähm, drehen sie. Oh, warte, die Kalk haben wir ja hier. Ich glaub, das war jetzt irgendwie... ...davor, ey, ne? Leider vor. Passt. Passt es jetzt immer noch nicht? Es muss jetzt passen, das ist nicht vor. Bunt rüber. Haben wir das jetzt irgendwie geschafft hier? Haben wir das Spiel jetzt durchgespielt? Muss immer noch da rein, weil davor... ...hä? Hä? Was hab ich denn jetzt falsch gemacht? ...hä? ...hä? Wo brauchen wir die Kamera wieder so tiefen? Was für Fangen? Ach du Scheiß. Was ist das für die Animation von dieser Anzeige? Was ist das für ein Preis? Mal fangen. Oh, jetzt fahren wir auf einmal wieder rückwärts, ne? Ah, das Spiel macht mich verrückt, Alter. Ja, aber auch hier perfekt mit dem ganzen Streifen, ne? Vorne raus schauen kann ich so überhaupt nicht. Ich spiele dieses Spiel gerade, by the way, zum ersten Mal, ne? Ich hab das noch nie gespielt. Aber ich hab ja schon ein Stück Simo-Räder. Aber ich wollte halt unbedingt auch einen, wo man eine Menge mehr Dampfer fahren kann, ne? Weil, wie viel Fluss wahrscheinlich wissen, liebe ich die Fluss. Oh, wir fahren über eine Periode. Ich hab das noch nicht gesehen. Ich bin natürlich sehr cool. Ja, wir dürfen hier nur 120 bei der Welt fahren. Ich fahr... 40. Ich frag's mich vor, was ist denn das mit Stangen? Ich fahr... Wundern! Die Varen... Den büster! Wundern! 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 Digga, schau mal, wie langsam ich bin. Aber damit würde ich jetzt sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Euer Skaladio. Tschüss!